Damit Bildung nicht zum Glücksspiel wird, müssen wir wissen, was guten Unterricht ausmacht. Wie funktioniert Lehren und Lernen? Was braucht es, damit Unterricht gelingen kann? Das erforschen wir. Wir entwickeln aber auch Selbstunterricht, um das Potenzial von neuen Ideen und innovativen Techniken untersuchen zu können. Eine solch innovative Technik ist die virtuelle Realität. Sie verspricht ein großes Problem des naturwissenschaftlichen Unterrichtes zu lösen. Und zwar, dass man viele Prozesse und Strukturen nicht direkt sehen, nicht direkt erleben kann. Mit der virtuellen Realität können nun solche Prozesse und Strukturen wie zum Beispiel Moleküle oder Atome erlebbar gemacht werden und man kann sogar mit ihnen interagieren. Um das jetzt zu untersuchen, haben wir eine VR-Lernumgebung entwickelt zum Wasserkreislauf und testen diese nun in Primarschulen. Mit diesen und anderen Projekten wollen wir das volle Potenzial von digitalen Medien für die Schule nutzbar machen. Wir forschen mit Schulen für die Schulen und ob wir jetzt grundlegende Mechanismen des Lernen und Lernens untersuchen oder ob wir innovative Lehrmaterialien entwickeln und dann testen. Unsere Forschung zielt immer darauf ab, guten Unterricht zu gestalten. Innovativer und wissenschaftlich abgestützter Unterricht, damit gute Bildung nicht dem Zufall überlassen wird. Für die Schule von heute und für die Schule von morgen.